Mit Natcho 82 machst du sehr viel. Mit Natcho 82 machst du sehr viel. Mit Natcho 82 machst du sehr viel. Mit Natcho 83 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 machst du sehr viel. ich habe aber weggegangen und habe mein leben damit geschäft alles klar die sind so dumm schon jemand weggenommen scheiße man es hat ja weil jemand weg scheiße gut dass die abgehauen sind muss man echt sagen hatte eigentlich schon länger dieses gar gehen aber konnte ich halt nicht für mich so viele spieler angegriffen haben dass ich halt wirklich so kämpfen aber wie viele spieler mit mir zu kippen mit giftgranaten zu mir kamen oh mein gott war das zieht es waren viel zu viele damit gekommen sind scheiße warum habt ihr alle giftgranaten ich habe jetzt angst wenn ich jetzt die tour nehme dass mich jemals meint ich habe so angst ich bin dafür schon mal auf sicherheitsgründen beim tun öfter gesprungen sicherheitsgründen ich bin dafür ich bin dafür ich bin dafür ich bin dafür der gleiche wurde nur diese ganzen sachen hier nicht gelootet die halt so offensichtlich sind hier ist so offensichtliche sachen und die werden nicht gelootet alles war jetzt sogar dann buch die niemand übersehen hat doch jetzt er hat die truhe geöffnet hätte er auch im walktlauncher gezogen dann hätte er bestimmt konnte er die leute umbringen aber der spieler der hingegangenen war halt so dumm und hat sich nicht dem walktlauncher gehört fertig ist einfach weitergegangen ich meinte damit gemeint truhe weil in der truhe war das hat sich einfach nicht geholt das aber weitergegangen fertig war das scheißegal eine truhe zu öffnen eine truhe kann alles drin sein kann zwar keine tactical pump drin sein aber da kann heavy drin sein da kann walktlauncher drin sein das kann scar drin sein da kann ich wusste da ist man schweres in diesem scheiß spieler geklaut ich werde dich doch rächen mein freund jetzt 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 Noch einer Degas. ich habe kleine klopfen als optiker du hast mich zu hart genervt, du wolltest auf dich fressen du hast zu viel genervt, du musstest das kriegen egal was du gesagt hast, du musstest dieses Schuss kriegen von diesem Kill-Abstiel musstest du diese Schüsse spüren weil das wären sehr viele Kills ein Kill wurde mir abgesehen das war die Rache die Schüsse spüren die Schüsse spüren von den 5-Euro-Skin neue Waffe ist eine Pro-Waffe, Digga damit nicht spüren kann kann schlechter als Trimax Trimax ist auch gar nicht gut der ist halt nur Snipertyp mehr nicht kann halt perfekt smiten aber Sniper, aber mehr nicht nicht die Schüsse spüren nicht die Schüsse spüren sind die Schüsse spüren nicht die Schüsse spüren die Schüsse spüren Das war's für heute. Ich muss das halt machen, Digga, Leute. Ich muss das halt machen, damit der Typ mich da oben nicht umbringt. Ich muss das halt machen, damit der Typ mich da oben nicht umbringt. Ich muss das halt machen, damit der Typ mich da oben nicht umbringt. Ich muss das halt machen, damit der Typ mich da oben nicht umbringt. Ich muss das halt machen, damit der Typ mich da oben nicht umbringt. Das war's. Nein! Geh ganz zu! Der muss los verteilt von zwei Leuten rattern. What the fuck! What the fuck! Oh! 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 die sie noch zwei Heavys mitgenommen ach du heilige Scheiße ich hab so viel Druck aber ich habe 10 Kills ich muss hier durch ja ist aber ein Sturm gestorben fertig ich muss in den Sturm rein ich konnte den Hut mir nicht krallen nein oh man oh kommt mit den Hut nicht krallen hat sich aber mit ab sich selber umgebracht ey diese Pussy oh mein gott ich bin tot ahhh ich bin tot und und ich bin tot und so tot 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 Oh God run boy run und tut taxes hau ab, hau ab, lass mich in Ruhe, hau ab, genau. Ehrenbruder. Schieß dich mal runter, damit du keine Scheiße baust. Achso, nein, macht keine Scheiße. Ja, ich hab jetzt keinen Stungelwehr mehr halt. Und ich hab auch kein Leben mehr. Der Spieler hat auf das denn nicht geachtet. Hier kann man einfach hochgehen. Und jetzt hat man Heiko... What the fuck? Hau ab, danke, Ehrenbruder. Wer denn noch? Oh mein Gott, Digga. Wenn ich das doch schaffe, Leute. Scheiße! Bin in den Strom reingefugt, Digga. Den hier jetzt nehmen. Jetzt leise sein. Hier hochgehen. Nein, ich hab mich. Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott!